Hallo alle zusammen. Schön, dass Sie mit mir auf Sommertour gehen. Ein Wirtschafts- und Wissenschaftsminister hat die Chance, in Räume zu kommen, die Sie noch nie gesehen haben. Unternehmen, Einrichtungen, Institutionen, Start-ups zu erleben, in der Landwirtschaft unterwegs zu sein, in allen Themen Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung, Tourismus. Also, das ist keine verschwendete Zeit. Sie werden Spaß haben und viel Neues entdecken. Also, kommen Sie mit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Bis zum nächsten Mal.